Honigperlen, Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der Dich bei Deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du mit dabei bist. Wie Deine Mutterwunde Dein Liebesleben lenkt, darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode. Und ich freue mich, dass Du bei dieser spannenden Episode, die wahrscheinlich für jeden von uns die ein oder andere Erkenntnis enthält, heute dabei bist. Unsere Kindheitserlebnisse und die Beziehungen, die wir zu unseren Eltern aufbauen, haben einen nachhaltigen Einfluss auf unser gesamtes Leben. Besonders die Beziehung zu unserer Mutter kann eine tiefgreifende Rolle in unserem Liebesleben spielen. Und das liegt vor allem daran, dass Mama für uns alle die erste große richtige Liebe war. Kein Wunder also, dass wir viele Prägungen, die durch die Beziehung zu ihr entstanden sind, auch in unserer heutigen romantischen Beziehungen mitnehmen. In dieser Podcast-Episode werden wir uns damit auseinandersetzen, wie Mutterwunden entstehen können, welche Auswirkungen sie auf unser Liebesleben haben und welche Schritte Du konkret unternehmen kannst, um diese Wunden zu heilen. Wir starten mit der Beziehung zur Mutter. Die Beziehung zur Mutter bildet das Grundgerüst für die emotionale Entwicklung eines Kindes. Mutterwunden entstehen grundsätzlich, wenn die emotionale Verbindung zur Mutter gestört oder irgendwie belastet ist. Du musst aber für eine Mutterwunde nicht zwingend eine traumatische Kindheit oder eine ganz schreckliche Mutter gehabt haben. Alle Eltern machen Fehler. Die Fehler der Mutter bringen sich meist viel tiefer in unser Unterbewusstsein ein, als die Fehler des Vaters. Was ganz einfach daran liegt, dass die meisten von uns in den ersten Lebensjahren eine wesentlich engere Bindung zu ihrer Mutter hatten, als zu ihrem Vater. Kurzum beim Erkennen der Mutterwunde geht es nicht darum, endlich einen Schuldigen für Deinen inneren Kindschmerz zu finden. Auch die besten Mütter machen Fehler. Es geht im ersten Schritt darum, den Schmerz Deines inneren Kindes zu erkennen und besser zu verstehen. Denn darin liegt die Chance auf Heilung und vor allem auch auf Heilung Deines Liebeslebens. Die Kindheit, sie ist die Grundlage für unsere emotionalen Muster. So individuell wie jede Beziehung zwischen Mutter und Kind ist, so individuell ist auch jede Mutterwunde. Hier zähle ich Dir 8 häufige Verletzungen auf, die vor allem dann, wenn sie häufiger vorkamen, zu Nachwehen in Deinem Erwachsenenleben führen können. Nummer 1, die emotionale Vernachlässigung. Wenn eine Mutter aufgrund eigener Herausforderungen, das kann eine Krankheit sein, das können psychische Probleme sein, oder einfach zu viel Arbeit und Stress oder Beziehungs- oder Geldprobleme, wenn sie deshalb nicht in der Lage ist, angemessen auf die emotionalen Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen, kann dies zu einem Gefühl von Vernachlässigung führen. Und die Interpretation des Kindes lautet dann oft, ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig für Mama, also bin ich nicht wichtig. Nummer 2, Abwertung von Emotionen. Wenn eine Mutter die emotionalen Ausdrücke des Kindes abwertet oder als irrelevant abtut, lernt ein Kind dadurch, seine eigenen Gefühle zu unterdrücken oder sie nicht ernst zu nehmen, was langfristig negative Auswirkungen auf seine psychische Gesundheit und auf sein psychisches Wohlbefinden hat. Nummer 3 ist die übermäßige Kontrolle. Eine übermäßig kontrollierende oder dominante Mutter kann die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen eines Kindes sehr stark beeinträchtigen, was später zu Problemen in Bezug auf Autonomie und Intimität führen kann. Als Erwachsene fühlen wir uns mit dieser Kindheitswunde dann oft sehr stark abhängig von anderen Menschen. Nummer 4, mangelnde emotionale Verfügbarkeit. Wenn eine Mutter aufgrund eigener emotionaler Schwierigkeiten nicht dazu in der Lage ist, eine sichere Bindung und somit das Gefühl von Ich bin immer für Dich da, egal was passiert, herzustellen, so kann das zu Unsicherheiten bezüglich der eigenen Persönlichkeit führen. Insbesondere in späteren Beziehungen macht sich diese Unsicherheit immer wieder breit. Verlustängste oder Klammerverhalten können eine sehr häufige Folge davon in unserem Erwachsenenleben sein. Nummer 5, Einfluss von Rollenstereotypen. Mütter, die starken, traditionellen Rollenstereotypen folgen, können unbewusst Verhaltensmuster fördern, die eine ungesunde Abhängigkeit von männlicher Anerkennung oder Unterstützung fördern oder hervorbringen, was im Erwachsenenalter oft zu Problemen und zu Abhängigkeitsgefühlen führen kann. Nummer 6, eigene unerfüllte Träume der Mutter. Wenn die Mutter ihre eigenen Lebensziele und Träume aufgrund ihrer Familie oder zugunsten ihrer Familie oder zugunsten ihres Gattens aufgibt, dann kann das zu emotionalen Spannungen führen, die das Kind natürlich spürt und weswegen es sich dann schuldig fühlt. Erwachsene Frauen spüren dann häufig den Drang, ihre Schuldgefühle abzuarbeiten, indem auch sie ebenso zu aufopfernden Ehefrauen, Müttern oder Partnerinnen werden. Nummer 7, hohe unerfüllte Erwartungen. Mütter, die sehr hohe Erwartungen an ihre Kinder stellen, die kaum erfüllt werden können und sich anschließend enttäuscht zeigen, wenn sie eben nicht erfüllt werden, die prägen das Selbstwertgefühl ihres Kindes sehr, sehr negativ. Das Kind, das Schluss folgert unweigerlich daraus, dass es nicht gut, nicht klug oder nicht liebenswert genug ist und übernimmt diese Überzeugung häufig bis in sein Erwachsenesalter. Und Nummer 8 sind ungelöste Traumata der Mutter. Wenn die Mutter eigene ungelöste Traumata oder emotionale Belastungen hat, dann kann das die Interaktion mit dem Kind stark beeinflussen und zu emotionalen Verwundungen führen. Die Lasten der Mutter können im Worst Case vom Kind übernommen werden. Ja, und was sind die Auswirkungen im Erwachsenenleben? Das ist zum einen mal die Dynamik in Beziehungen. Einige Auswirkungen habe ich bereits bei den obigen Ursachen ein bisschen angeschnitten. Die häufigsten Folgen einer Mutterwunde auf romantischen Beziehungen, die fasse ich jetzt noch mal zusammen, damit du einen Überblick bekommst und vielleicht so ein bisschen reinschauen kannst, ob das auch auf dein Leben zutrifft. Hier sind zum einen mal die Selbstwertprobleme. Eine Mutterwunde kann dazu führen, dass wir Schwierigkeiten haben, unseren eigenen Wert anzuerkennen oder überhaupt zu erkennen. Und das kann in Beziehungen zur Folge haben, dass wir die fehlende Anerkennung in der Kindheit versuchen, beim Partner einzufordern, indem wir zum Beispiel ständig um sein Feedback bitten, indem wir die Liebe des Anderen ständig bewiesen haben wollen oder indem wir sehr stark klammern. Außerdem kann es durch einen geringen Selbstwert in einer Beziehung zu einem Hochtiefgefälle kommen. Was bedeutet das? In der Praxis heißt das, dass sich ein Partner dem Anderen unwürdig fühlt und zur Unterordnung oder sogar zur Unterwerfung neigt. Er schaut also auf den Anderen hinauf. Und was tut der Andere? Der Andere schaut dann, bildlich gesprochen, auf ihn hinab und behandelt ihn auch so. Und das Resultat ist ganz einfach. Eine Beziehung auf Augenhöhe ist so schwer möglich. Eine weitere Sache, die sich in Beziehungen zeigen kann, aus der Mutterwunde hervorgehend, ist die Angst vor Nähe. Die Unfähigkeit, eine gesunde, emotionale Verbindung zur Mutter aufzubauen, kann in Erwachsenenliebesleben dazu führen, dass Intimität in Beziehungen als sehr bedrohlich empfunden wird. Oft wünscht man sich zwar die Nähe, hat aber gleichzeitig Angst vor genau dieser Nähe. Die Angst vor der Ablehnung oder davor verletzt zu werden, so wie in der Kindheit, so wie es damals eben war, ist meist stärker, weswegen man, sobald es ernst wird, zur Distanzierung neigen könnte. Eine weitere Auswirkung ist das Muster der Co-Abhängigkeit. Eine Mutterwunde kann zu Co-Abhängigkeitsmustern führen, bei denen eine Person die Bedürfnisse des Partners über die der eigenen stellt, um sich gebraucht, geliebt und wertvoll zu fühlen. Der Klassiker? Es dem Partner immer recht machen, um gebraucht und geliebt zu werden. Oft geht das so weit, dass der Co-Abhängige die Bedürfnisse und Wünsche seines Partners so sehr in den Vordergrund drückt, dass er seine eigenen gar nicht mehr erkennt oder spürt oder sogar glaubt. Diese würden sich mit seinen eigenen decken. Ungesunde Beziehungsdynamiken, auch eine Folge der Mutterwunde. Menschen mit Mutterwunden können unbewusst nach Partnern suchen, die ähnliche Eigenschaft wie ihre Mütter haben. In der Regel tun wir dies, weil uns alles, was wir gewohnt sind, als sicher erscheint. Auch dann, wenn es sich dabei um negative Eigenschaften wie Herrschsucht oder Kritiksucht, narzisstische Wesenszüge oder emotionale Kälte oder Anteilnahmslosigkeit handelt. Ja, und dann, wenn wir uns immer wieder zu diesen ähnlichen Eigenschaften hingezogen fühlen, ist es wenig verwunderlich, dass wir uns dann auch in romantischen Beziehungen immer wieder ähnlichen Problemen oder ähnlichen schmerzhaften Gefühlen, wie wir sie schon aus der Kindheit kennen, ausgesetzt fühlen. Ja, und wie funktioniert nun die Heilung der Mutterwunde, damit wir eben auch unser Liebesleben und unsere Partnerschaft heilen können? Wie kann so ein Weg der Genesung aussehen? Die Heilung von Mutterwunden erfordert vor allem viel Zeit und Selbstreflexion. Und hier sind einige Schritte, die dich bei deinem Weg zur Heilung unterstützen können. Nummer eins, Bewusstsein. Mach dir bewusst, wie die Beziehung zu deiner Mutter möglicherweise dein Selbstbild und deine romantischen Beziehungen beeinflusst haben kann. Nummer zwei, Selbstfürsorge. Pflege eine liebevolle Beziehung zu dir selbst. Versuche dir selbst, die Mutter zu sein, die du vielleicht in der Kindheit vermisst hast. Vergebung. Vergebung, sowohl sich selbst als auch der Mutter gegenüber, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung. Auch wenn das nicht immer einfach ist, das weiß ich durchaus. Bedenke, Vergebung heißt nicht, gut zu heißen, was damals geschah, sondern es ist die Erlaubnis an dich selbst, endlich Frieden schließen zu können und loslassen zu können. Und Nummer vier, wie könnte es anderes sein, ist natürlich die Arbeit mit deinem inneren Kind. Komm deinen Mustern auf die Schliche. Finde die Ursache mit bewährten Tools und Lösungsschritten aus dem inneren Kind-Mentaltraining. Schenk dem Kind in dir, dass noch immer weint, endlich die Liebe und die Aufmerksamkeit, die es braucht, um eine gesunde, erwachsene und freie Liebe leben zu können. Und dazu lade ich dich in dieser Podcast-Folge zum letzten Mal dazu ein, bei meinem sieben Wochen befreie dein inneres Kind-Intensiv-Kurs dabei zu sein. Das ist jetzt deine letzte Chance, in dieser Woche noch einzusteigen. Der Kurs findet in diesem Jahr nur einmal statt. Der Kurs ist buchbar in der Variante nur für mich oder innerer Kind-Mentor. Und wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann schau unbedingt unten in den Link rein. Dort findest du jede Menge Feedbacks. Mehr als 2500 Menschen haben mit diesem Kurs schon den Sprung in ein freieres, emotional freieres und glücklicheres Leben geschafft. Und ich würde mich ganz herzlich freuen, wenn ich auch dich in meinem Kurs sehen würde. Fazit, die Kraft der Heilung und Transformation. Die Mutterwunde kann tiefgreifende Auswirkungen auf unser Liebesleben haben, aber sie muss nicht unser Schicksal sein. Wir können durch Selbstreflexion und bewusste Veränderungen die Muster durchbrechen, die uns daran hindern, eine erfüllende Beziehung zu führen. Und genau das wünsche ich dir. Du sollst erfüllte Beziehungen haben, die dich weiter wachsen lassen und die dich strahlen lassen. Von ganzem Herzen, deine Melanie.